Ich starte schon mal die Aufnahme. Hallo an alle. Es gibt hier keine Stacheltäten, was laberst du da in dem Chat? Wir spielen jetzt, was, wie hieß das? Irgendwie Dings. Kalle. Human Fall Flat. Genau, also. Ich mal, aber es ist ja geil. Nun Tag. Ja, der Finius ist auch da. Doktor der Finius auch da. Oh Gott. Doktor. Wer gibt dir denn einen Doktortitel? Doktor für schlechte Spiele. Jetzt muss ja noch ein bisschen blau, da muss noch blau irgendwo rein für die Kanten, die noch nicht angemalt sind. Was? Blau? Rot muss da rein. Ja, rot habe ich vorne, grün habe ich hinten. Und blau mache ich jetzt an den Seiten. So richtig grob mache ich das gerade, weil... Und noch ein bisschen gelb und schwarz. Ne, ist ja Unsinn. Für so viel Platz habe ich gar nicht. Das ist ein wunderbar... Ein bisschen rosa und violett. Ja toll, jetzt muss ich ihn nochmal neu anmalen. Doch nicht so grob. So, jetzt nehmen wir einfach hier, komm. Noch mal rot drüber, anderes rot natürlich, so. Und jetzt nochmal irgendein anderes grün. Perfekt. So, jetzt ist da noch minimal blau übrig. Das ist noch weiß. Jetzt muss ich nochmal mit blau nacharbeiten, so. Jetzt müssen wir mir noch Augen malen. Rückflächen, ne? Abtickung. Webcam, ne? Also, ich habe keine Webcam. Äh, abbrechen. Äh, kann man diesen Pinsel auch irgendwie kleiner machen? Aber man kann ihn noch größer machen, ja geil. Geil. Brush hardness. Was ist denn hardness? Ah, geil. So, jetzt brauchen wir natürlich... Augen. Ist ganz klar. Das anpassen gefällt dir schon mal. Ja. Ist auch alles, was ich heute mache. So, und ein freundliches Lächeln. Und eine Nase. Perfekt. Bei Augenfarbe. Was mache ich denn? Augenfarbe. Mach ich da blau? Mach mal blau. So. So. Wobei. Ich werde den Pinsel noch kleiner machen. Wunderbar. So hier. Ich habe gar keinen Schott. Oh, da habe ich schwarz. So. Schwarze Punkte auf die Nase. Ich weiß nicht warum, aber... So. Mein Prinzip müsste das Lächeln ja... Ne, ich kann das nicht rot machen. Ich mache es mal gelb. So. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Äh... Das ist jetzt... Das war jetzt nicht so gut. Mein Problem. Wir machen einfach nochmal mit Rot drüber. Ich bin nicht sicher, ob es dasselbe rot ist, aber wenig Jux. Jetzt habe ich meine Nase über mal. Das ist doch eine Scheiße. So. Wir machen jetzt hier nochmal ein Lächeln. Könnte auch ein V sein. So genau weiß man das nicht. Ich kann sich aber nochmal... meine Nase neu machen. Natürlich mit dem schwarzen Punkt, weil... recycelbar. Und jetzt können wir so Zähne in meinen Mund machen. Jetzt können wir so Zähne in meinen Mund machen. Und das kann ich da so... Mit weiß Zähne rein machen. Und das sieht dann komplett scheiße aus. Weil die Zähne auch... Weil man das Gelb halt nicht mehr sieht. Aber... Ähm... Ja. Das sieht sehr gut aus. Wir darf jetzt nichts von unten betrachten. Dann sieht das eher... Ich gucke mir den nachher gleich an. Und... Was? Wie guckst du dir an? Na, deine... Deine Spielfigur. Das ist großartig. So. Jetzt machen wir hier noch ein Quadrat auf. Weil... Ich weiß auch nicht warum. Ich kann dann nicht den Stream gleichzeitig gucken. Dann dauert es noch länger. Stimmt ja. Du hast ja kein Internet mehr. Du hast ja... So. Und hier kommt noch ein H für Helikopterlandeplatz auf dem Kopf. Wunderbar. Äh... Wieso ist denn das Gelb hier runtergelaufen? Wo kommt das denn jetzt her? Das habe ich... Ist das... Ist das, was ich das auf dem Kopf gemacht habe? Ich weiß nicht so genau. Ich muss auf jeden Fall wieder weg machen. Das sieht doch scheiße aus. Das hat sie. Wunderschön. Und hinten drauf kommt natürlich... Äh... Was kommt hinten drauf? Äh... Natürlich. Ganz klar. Vielleicht nicht in der Farbe. Ähm... Kommt da... Natürlich. Jetzt muss ich noch wieder das Blau weg machen. Blau weg mit dem Blau. Da kommt natürlich noch ein blaues Dreieck drauf. Perfekt. Es ist wunderschön. Es ist großartig. Es ist... Es ist... So, zurück. Ähm... Ich bin jetzt auch nicht fertig. Äh... Eine Sekunde noch. Spielen. Online Alpha. Ich fall hier grad irgendwie runter. Freunde. Habe ich Freunde. Spiele werden aufgerufen. Soll ich oder du hosten? Am besten hoste ich wahrscheinlich, ne? Ja. Du brauchst die bessere Leitung, ne? Wenn's bei dir nehmt, muss ich mit dem haust. Maximal Spieler 2. Nur auf Einladung. Soll ich starte jetzt erstmal. Freunde einladen. Guck mal ob's meine Spielfigur noch gibt. Ich hab dich eingeladen. So welches Level soll ich denn wählen? Oh Gott. Villa. Zug. Schleppton. Quirke. Sprengung. Schloss. Wasser. Das erste am besten. Okay. Ui. Nein. Das wollte ich nicht. Wenn die wieder ein. So. Freunde. Ich hab die eingeladen. Hast du mal eine Einladung gekommen? Ja. Ich hab das. Dann drücke ich mal auf Start. Und... Das ist... Okay. Ich... So läuft ja auch noch mal alles. Das sieht das alles gut aus. So. Nach fast zweieinhalb Stunden spielen wir dann... Tatsächlich mal irgendwas. Ich wollte jetzt sagen Gutes. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich glaub die Musik... Hat das die Musik? Okay. Okay. Oh wow. Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Kann meinen rechten Arm heben. Ja geil. Moment was? Was hast du mir da für ein Spiel gegeben? Warte mal. Das mit der Einladung hat nicht ganz geklappt. Was heißt denn das hier? Freunde einladen. Einladen. Wir starten. Angenommen. Inkompatible Version. Hm. Hast du nicht die 64-Bit-Version gestartet? Ähm. Eine andere? Ja wir starten ganz doll auswählen ob du das startest oder 64. Hat er mich nicht gefragt. Warte mal. Oh ich hab ein Archiv mit bekommen. Lassen. Weil dieser Idiot wieder keine 40-Bit-Version hat. Ja beenden. Gut. Starten wie normale Version. Da will der Herr mit seinem rückständigen 32-Bit-Betriebssystem. Oh jetzt fragst du mich auch nicht mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Was? Nein wieso zeigst du mir dieses Steamfenster? Das ist ein neues Steamfenster. Also ich hab eigentlich 64-Bit- Er fragt mich das hier gar nicht mehr. Kann das nicht schneller weg drücken? Nein gut. Ich kann auch online machen. Nein das geht auch nicht. Oh ich hab ein Spiel auch. Okay. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Prost. Keiner kommt, fall runter und werde einmal wiederbelebt. Weißer 1 Kilometer. Schließe die Villa ab. Was ist das hier? Spielt das jemand? Nein. Wir alle vier da sind wirklich aus dem Level. Ich glaube das sind wir vielleicht nicht mal sehr. Machst du mal einen Raum auf? Habe ich schon. Ich finde keine Freunde. Keine deiner Freunde host oder ein Spiel. Oder hast du online gemacht? Ich habe online gemacht. Sag das doch. Kann kein Online-Spiel gefunden werden. Hab dich doch gerade eingeladen. Sag das doch, dass du mir einsetzt. Ich bekomme da keine Nachricht, weil ich das ausgestattet habe. Äh. Verbindsend Server. Verbindsend Server. Was bekommst du im Spiel? Inkompatible Version. Server. 216. Klient Version 1 oder 1. Toll. Sehr gut. Dann wird das Spiel. Wieso hast du denn eine andere Version? Das kann ja gar nicht sein. Ich frage mich nicht mehr, ob ich die normale oder ich finde, wenn ich die Bitversion spielen würde. Ah, jetzt fragt er mich wieder. Ich mach mal die normale. Toller Stream heute. Würde ich mir angucken. Das erste Mal ein guter Stream. Hat dich auch nicht raustappen oder wie? Äh. Fack verschluckt. Drücke A zum starten. Ich habe über die Maus gedrückt. So. Die Spiele werden aufgerufen. Ich hauste nochmal. Ich hab noch eine Einladung verschickt. Das habe ich dich eingeladen. Gut. Gehen wir da raus. Ich habe keine Einladung bekommen. Hm. Warte. Jetzt? Ja. Verbindung zu Star Wars. Hast du jetzt Rennen? Inkompatible Version. Toll. Hast du die 24 Version jetzt gestartet oder so? Nee. Also mich fragt er nicht. Na toll. Ist das so ein tolles, ich habe keine Ahnung. Und deswegen kann man mit Windows und Linux nicht zusammen spielen. Weil ich unfähig bin, Sachen richtig zu machen. Hattest du eine Linux Version? Ja. So. Hm. Vielleicht musst du mal die Windows Version. Komm ey. Was sind denn das für Puscher schon wieder? Ja. Starten wir die Aufnahme. Starten wir das Spiel. Hoffen, dass es aufnimmt. Weiß ich nicht. Warten wir zwei Stunden bis es gestartet hat. Wow. Da ist lang unter Windows. Soll das so? Wechsel endlich mal auf Linux. Dann funktioniert die Scheiße auch besser. Ja. Ich habe keine Ahnung wie die Musik lautstärke ist. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich kann eine Anleitung nicht annehmen. Warte. Warte. Nein, nein. Ich kann nicht raus gehen. Ich kann jetzt nicht raus tappen. Achso. Ähm. Geht doch eigentlich mit ähm. Shift und Tab. Ich hab ja gar keine Freundes Ding. Hä? In lokalen und online. Ah. Hier bekommen wir gerade schwarze Fenster angezeigt. Ja geil. Ähm. Da müssen wir alles machen. Nein. Nicht das die Profil von Defineo Anzeigen. Das will niemand sehen. Komm wir jetzt probieren. Nachrichten. Ja. Ich sehe hier wunderbare Schwarz. Vielleicht wenn ich irgendwo rein klickt. Ich hab jetzt irgendwo rein geklickt. Und drehe ich bei. Ja. Ich kann nur online spüren. Jetzt wird die Musik auch noch lauter. Ja geil. Oh je. Ich kann jetzt null anpassen. Wieso scheint zu leise oder zu laut. Ich hab nur lokalen online spüren. Ich hab nur lokalen online spüren. Ich kann nicht einfach ein online spüren machen und dich einladen. Ich ruf mal Spieler. Ja. Und lad mich mal ein. Ja. Stellen eines Servers. Äh. Lobby-Level-Wellen. Workshop? Nein. Level-Wellen. Ich wünsche Villa. Maximal-Einstellungen. Einweichen. Ah. Das wird zu wenig. Kann ich einladen. Ich kann nicht einladen. Ich weiß nicht, ob er das Bild zieht. Aber im Bild einnimmt. Ich hab ja eingeladen. Ich hab ja eingeladen. Ich bin sogar drinnen. Was bist du denn für ein Treiber? Igitt Polizist. Äh. Wie steh ich auf? Schlag dich. Wow. Ruckel. Es läuft. Es läuft nicht flüssig. Das ist. Wow. Es läuft nicht flüssig. Weil. Aber es läuft. Ja. Aber es ruckelt jetzt total. Wow. Kann ich das hier? Toll. Jetzt muss ich. Könnte natürlich. Äh. Machen wir mal Anti-Living aus. Es läuft so flüssiger. Es läuft halt nicht. Wow. Das läuft halt nicht schön. Hm. Schade. Jetzt. Naja. Es geht halt nicht so. Jetzt wird die Musik wieder lauter. Komm. Meins. Nein. Ich hab keine Ahnung, was ich gemacht habe. Schade. Es ist nicht runtergefallen. Oh Gott. Siehst du scheiße aus. Derfi. Es läuft irgendwie nicht so flüssig. Wie es sollen. So. Ich mach mal die Tür aus. Ich hab das auch. Ich muss die Musik leiser machen. Ist bei mir total laut. Und jetzt ist es total leiser. Hallo. Nimmst du die Hand weg? Und dann habe ich den Dazienfleiter. Lass mich die Scheiße. So. Muss es bei mir auch mal ein bisschen leiser machen. Super. Jetzt muss ich gar nicht mehr. Ja geil. Ach f*** dich doch. So. Das ist volles Nazi-Spiel hier. Was hast du mir da geschenkt. Es ist rot. ja guck mal was ich machen kann ich meine hallo ja die Polizei macht Hitler groß ja klar es läuft irgendwie nicht so flüssig wie es glaube ich sein sollte, was sind das da überhaupt für Dinge was sind das für Dinge, wie nehme ich das mit hier so was ist das was ist das, guckst du dir an guckst du dir an das ist ein Kaugummi das ist doch kein Kaugummi das ist ja ein Backstein ich nehme es mal mit ich drück mal hier rauf ich drück oben drauf oder ich bin mir nicht sicher ich drück unten ich häng fest ich häng fest lasst los ach man Moment, mein Backstein oder was auch immer es ist es könnte flüssiger laufen hier ist der Ausgang der Linux läuft es flüssig aber da habe ich eine andere Version als du ja oder vielleicht hätte ich ja wobei ich glaube nee wenn ich Freunde also ich muss den ja immer loswerden wenn ich Freunde einladen mache geht es ja auch nicht diese Option habe ich hier halt gar nicht Freunde einladen so ich habe die Geschichte glaube ich verpasst nicht so wichtig okay das erste Level war noch einfach aber ich habe halt dieses wunderschöne Lächeln ich auch guck meins ist viel schöner ich zeige mal die Zähne dabei ja hast dich ausgetobt ich habe nur das Gesicht gemacht mit dem Kopf ich habe ein Haar auf dem Kopf Helikopter lande Platz hier schau mal hin schau hin kann ich umher tragen so zuizid tschüss kein Bock mehr was ist das für ein Spiel na toll egal machen wir es mal ernsthaft auch wenn es nicht ganz so flüssig läuft wie es vielleicht sein sollte man merkt die Frame Drops immer mal wieder aber man kann den Zug hier hoch aber man kann auch einfach durch die Tür gehen wo ist überhaupt mein Ziegelstein den ich mitgenommen habe ah ich hing an der Lampe ich die mitnehmen der ist weg was wie sucht er weg ich will meinen Ziegelstein Moment mal kann ich den mitnehmen nehme ich halt den da ich habe den ganzen Balkon wie soll es denn das Ding jetzt wieder davor du hast du da vorgeschoben du Arsch ja du sollst ja nicht durchkommen vielleicht ja wenn ich das durchspiel hier ich habe einen Ziegelstein Junge komm mal her du komm her ich krieg dich da hau dir den Ziegelstein an den Kopf nein du kriegst mich nicht ich glaube da geht es nicht weiter ah da ist er ja komm her Ziegelstein an den Kopf scheiße er ist ganz schön schwer wie kann man sich totstellen ja ich weiß nicht ich habe es doch eh gewinnigt nämlich und